Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch diesmal alle Infos, die ich bis jetzt habe, über den Urgelautomaten zeigen und erzählen. Seid euch bewusst, dass werden noch einige neue Infos dazukommen. Ich weiß bei weitem jetzt nicht alles. Das DLC ist erst ein paar Tage draußen. Und man ist noch alles am rausfinden, wie alles funktioniert. Aber die ersten paar Sachen werde ich euch jetzt mal zeigen. Wo ist der Urgelmator bzw. was ist der Urgelmator? Der Urgelmator finden wir hier im Dojo. Und das ist ein Gerät, bei dem wir immer bis zu 4 Items hineinschmeißen können. Und dann kommt was anderes dabei raus. Hier rechts, hier seht ihr den Urgelmator. Urgelmator. Um den das erste Mal in Betrieb nehmen zu können, müsst ihr eben mit diesem Jungen reden. Und ihm, glaube ich, 400 oder 500 Watt spenden. Irgendwie sowas. Es ist nicht viel. Also hat man auf jeden Fall, was er möchte. Und ja, ab dann kann man diesen Urgelmator eben benutzen, um da zu synthetisieren. Und da geht wirklich, ich zeige euch mal, ja, ihr seht, man kann hier richtig viel machen. Alle Beeren kann man synthetisieren. Hier alles, alles, was in der Trainingstasche ist und alles, was in der Schatztasche ist. Also es gibt unendlich viele Rezepte, was man machen kann. Ich habe hier zum Beispiel auch, ist sehr zu empfehlen, sich einfach mal, ja, ein bisschen hinzuhocken. Und einfach den A-Baten zu hämmern und diese Dynamex-Bonbons loszuwerden, wer auch so viele hat. Denn ich bin schon bei den 999 angekommen. Und ja, du kannst sie nicht verkaufen. Du hast auch irgendwann keine Pokémon mehr, denen du noch mehr Dynamex-Bonbons geben kannst. Und so kann man die wenigstens, ja, noch gut loswerden. Aber ja, jetzt generell ein bisschen zu den Rezepten. Da werde ich euch jetzt was zeigen. Und zwar switchen wir hier rüber auf die Internetseite Pokewiki. Und ihr seht hier oben, wenn ihr hier auch drauf wollt, ihr müsst einfach im Internet, im Google eingeben, Ogilmator und dann findet ihr das sofort. Und hier haben wir jetzt ein paar Rezepte. Aprikokos und Pelle, da komme ich später noch dazu. Da steht auch noch nicht alles hier. Es ist eben alles noch in der Aufbaufase. Selbst hier im Pokewiki, gerade mit den Aprikokos steht einiges noch nicht. Ja, hier unten geht es dann los mit den ganzen Items, die ihr machen könnt. Hier seht ihr TPs, ganz, ganz viele TPs. Ich nehme fast an, dass man jede TP machen kann, die es gibt. Sie sind alle einfach nur noch nicht alle Rezepte eingetragen. Wie zum Beispiel habe ich gemerkt, mein 4x Dynamax Bonbon Rezept steht hier nirgends. Das habe ich noch nicht gefunden. Also das zeigt, dass hier noch ganz, ganz viele Rezepte fehlen. Hier haben wir Trainings-Items. Wir können Fähigkeit-Kapseln machen mit Sonderbonbons. Ultrageil. Sonderbonbons bekommt man auch so viele beim Raiden. Man kann Silberkronkorken machen, Goldkronkorken. Hier unten haben wir Entwicklungs-Items, die man herstellen kann. Darunter auch der Kingstein, der auch eher selten ist. Kann man hier einiges machen. Ja, normale Trage-Items, beziehungsweise Kampf-Items kann man sich hier machen. Was hier sehr, sehr nice ist. Wir haben nämlich auch Sachen dabei wie Heißorb, Lebenorb, Toxic Orb haben wir hier auch noch. Also, ja, Zitterorb auch noch. Man kann wirklich hier, ich glaube, man kann fast alles machen. Wir werden noch sehen, was alles veröffentlicht wird. Aber hier ist schon mal eine Riesenliste. Ja, Schätze könnte man sich auch noch machen, wenn man will. Ja, wer zum Weiterverarbeiten. Die ganzen Nuggets zu Riesen-Nuggets machen. Und mit den Riesen-Nuggets kann man dann irgendwie wieder die Silberkronkorken machen. Genau, ja. Und mit den Komet-Stücken und ja. Da könnt ihr euch austoben und einfach ein bisschen rumschauen. Das sind die ganzen Items. Und das wird in den nächsten Tagen sicher immer noch mehr erweitert werden. Jetzt kommen wir aber zu den Aprikokos. Und zwar, um die Bälle zu machen. Was, ja, sage ich mal, das Interessanteste ist am Oglautomat. Oder fast das Interessanteste. Abgesehen jetzt gerade von Sachen wie Fähigkeiten, Kapseln, Heiß-Ob, Leben-Ob und so Sachen. Ja. Wie ist das jetzt mit den Aprikokos? Auf der Internetseite haben wir nur ein paar Sachen stehen. Und da sind auch noch nicht genaue Infos. Ich habe jetzt ein paar Infos. Das sind aber alles nur Erfahrungswerte von Spielern. Das ist nichts 100% Fixes, was ganz klar ist. Das sind einfach Erfahrungswerte, was wir bis jetzt so haben. Und hier habe ich mal ein Bild erstellt. Und zwar diesen ganzen Spezialbälle. Wir haben für den Köderball bräuchten wir einfach vier Aprikokos-Blau. Für den Mondball gelb. Für den Freundesball die grünen. Und so weiter und so fort. Ihr seht das. Und jetzt ist es so, eben nach diesen Erfahrungswerten besteht ungefähr eine 1% Chance, so einen Ball zu bekommen. Wenn ihr also vier Aprikokos-Blau in den Urgelautomat werft, habt ihr eine 1% Chance, dass ein Köderball rauskommt. Ansonsten können andere Bälle rauskommen. Pokéball, Superball und so weiter. Die kaufbaren, günstigen, die man sich leicht erfarmen kann sozusagen, kommen halt die meistens raus. Und eine 1% Chance ist wirklich sehr, sehr gering. Aber die Möglichkeit besteht immerhin, die Bälle zu farmen. Und jetzt ist es so, ihr könnt auch kombinieren. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch zwei blaue und zwei gelbe in den Topf werfen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr nachher einfach eine 0,5% Chance auf den Köderball und eine 0,5% Chance auf den Mondball. Würdet ihr jetzt zum Beispiel drei blaue und ein gelbes reinwerfen, dann habt ihr eine 0,75% Chance auf den Köderball und eine 0,15% Chance auf den Mondball. Das ist dann immer so ausgeglichen. Ihr versteht, was ich meine. Denke ich, ja. Ja, das zu den normalen Bällen. Und, na, jetzt wird es hier schon schwarz. Das zu den normalen Bällen. Und dann haben wir noch zwei neue Bälle mit im Game. Und zwar den Turnierball und den Safariball. Diese können wir, wie es scheint, aber das sind auch wirklich, es wurden noch nicht viele Turnier- und Safaribälle gefunden. Aber wie es scheint, können die bei jeder Konstellation kommen. Also, wenn ihr vier blaue macht, wenn ihr vier gelbe macht, wenn ihr vier grüne macht. Dort können sie anständlich immer kommen. Ob sie jetzt auch kommen, wenn ihr die mixt, das weiß ich leider nicht sicher. Aber, ja, der Turnierball und der Safariball haben dann in dem Fall immer eine 0,1% Chance. Also, noch, noch viel geringer. Also, jede tausendste, jede tausendste Synthensierung, die ihr macht, könnte ein Turnierball oder ein Safariball rauskommen. Es ist immer das Könnte, es ist das gleiche wie bei der Shiny Chance. Ihr könnt im ersten Ei ein Shiny haben, ihr könnt halt nach 3.000 Eiern erst euer Shiny haben. Ist immer ein bisschen eine Glückssache. Ja, ich hoffe, dass in PokéWiki da natürlich bald ganz klare und genaue Angaben kommen. Das sind jetzt halt mal so die Erfahrungswerte. Ja, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlässt. Das Schade ist natürlich, der Urgelautomat speichert immer. Was bedeutet, ihr könnt nicht cheaten, sozusagen, vorm Urgelautomat speichern. Die Aprikokos reingeben und dann, ja, wenn es nichts geworden ist, nur ein PokéWiki, halt wieder das Spiel laden. Das funktioniert leider nicht. Aber dafür kann ich euch jetzt noch schnell einen kleinen Trick zeigen, wie ihr am schnellsten diese Aprikokos farmt. Wir haben die ja in Beerenbäumen. Und ich zeige euch das jetzt kurz. Hier unten müsste gleich einer sein. Genau, und zwar, wie ihr die richtig schüttelt. Also erstens, ich würde vor so einem Baum jetzt immer speichern. Immer bevor ihr den Baum schüttelt, speichert ihr das Spiel. Ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt in dem Moment bin für das Tutorial, wo ich halt nicht speichere. Ich lade nachher wieder meinen anderen Spielstand. Aber ihr würdet jetzt hier speichern. Und dann schüttelt ihr. Und wenn das mit dem Schütteln schlecht läuft und ihr bekommt nur ein Aprikoko raus oder gar keins, dann ladet ihr das Spiel schnell. Dann könnt ihr den Baum nochmal schütteln und beim nächsten Mal bekommt ihr vielleicht schon 10 oder 15 Stück raus. Beim Schütteln, also so, ihr geht hin, ihr schüttelt und jetzt müsst ihr auf das Schütteln achten. Ihr seht jetzt, es schüttelt, dann haben wir eine kurze Pause und dann schüttelt es wieder. Wenn der Baum sich so bewegt, dann könnt ihr weiter schütteln und es wird nichts runterfallen. Also kein Pokémon. Wir schauen, wir haben immer noch den gleichen Abstand zwischen diesen zweimal schütteln. Wir können weiter klicken. Jetzt, seht ihr, jetzt schüttelt der Baum schneller. Jetzt haben wir kaum einen Abstand. Wir haben Schüttel, 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 kaum einen Abstand. Und ab jetzt besteht die Gefahr, dass ein Pokémon runterfällt. Ihr könntet jetzt natürlich noch weiterprobieren. Es muss keins runterfallen. Ihr könnt auf Risiko gehen. Aber ab jetzt kann was runterfallen. Wenn ihr also kein Risiko eingehen wollt, dann hört ihr jetzt auf mit dem Schütteln. Was haben wir bekommen? Wir haben zwei Aprikokos Blau, zwei Gelb, drei Prisimbeere, eine Maron. Dann müsst ihr jetzt für euch entscheiden. Ist euch dieser Loot jetzt genug? Dann passt es. Dann fahren wir zum nächsten Baum. Ist euch dieser Loot nicht genau, dann drückt ihr eben den Homebutton, schließt das Spiel und schüttelt den Baum nochmal. Ja, und dann fährt ihr halt auf der Insel rum, so lang, bis ihr halt alle Bäume geschüttelt habt. Da hinten haben wir ein Nest. Perfekt. Müssen wir von oben. Bis ihr alle Bäume geschüttelt habt. Wenn ihr alle Bäume geschüttelt habt, dann müsstet ihr ja eigentlich einen Tag warten, bis wieder alle Bären drauf sind. Oder eben, ihr spult einen Tag nach vorne. Entweder mit dem Rangkampf Glitch, bedeutet einfach, ihr absolviert einen Rangkampf und danach geht ihr in die Einstellungen. Einen Tag nach vorne, dann sind die Bäume wieder resettet. Oder ihr geht zu irgendeinem Nest. Scheißegal, was für eins, geht auf Mitspieler suchen, klickt den Homebutton, geht auf die Systemeinstellungen, Konsole, Datum und Uhrzeit, geht einen Tag nach vorne, wieder ins Spiel rein, klickt dann hier auf Raid beenden. Und jetzt sind diese ganzen Bärenbäume wieder resettet. Ich zeige es euch gerade beim einen noch schnell. Ja genau, wie ihr seht, es hängen wieder Bären dran. Wir könnten jetzt sozusagen dann wieder die ganze Insel abgrasen. Ja gut Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bären sammeln und beim Sachen fusionieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal Leute. Macht's gut und Tschüssi mit Üssi.